Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für Schütze ist der heutige Tag wie geschaffen für Produktivität und Leistung. Die kosmische Energie ist besonders förderlich für ein hohes Aktivitätsniveau und gibt dir die nötige Kraft und Begeisterung, um deine Aufgaben anzugehen. Wenn du eine Liste von Dingen zu erledigen hast, ist heute der perfekte Tag, um ein gutes Stück voranzukommen. Auch wenn die Versuchung groß ist, etwas zu unternehmen, solltest du dich zuerst auf deine Prioritäten konzentrieren, damit du deine Aufgaben effizient erledigen kannst. Wenn du deine Aufgaben erledigt hast, bleibt dir immer noch genügend Zeit für Freizeitaktivitäten. Die Verbesserung deines täglichen Lebens kann deine Stimmung und dein Wohlbefinden erheblich beeinflussen. Einfache Dinge wie frische Blumen in einem blaugelben Farbschema können deine Laune heben. Auch ein sauberer und aufgeräumter Raum, wie ein aufgeräumter Schreibtisch oder ein ordentlich gemachtes Bett, trägt zu einem Gefühl der Ruhe und Ordnung bei. Wenn du auf kleine Details in deiner Umgebung achtest, wie zum Beispiel ein gut riechendes Shampoo oder eine gut riechende Handseife in deinem Badezimmer, kann das ein Gefühl von Komfort und Luxus vermitteln, besonders wenn andere Aspekte des Lebens hektisch sind. In deinem beruflichen oder gesellschaftlichen Umfeld kann es schwierig sein, andere von deinen Ideen zu überzeugen, wenn du sie nicht mit echter Leidenschaft und Emotionen unterstützt. Die meisten Menschen durchschauen Ideen, denen es an Substanz fehlt oder die nicht von Herzen kommen. Deshalb ist es wichtig, dass du dich gründlich vorbereitest und sicherstellst, dass deine Vorschläge sowohl von Logik als auch von Begeisterung getragen werden. Wenn die Kälte des Winters einsetzt und die festlichen Lichter zu funkeln beginnen, zeigt dein Horoskop eine herzerwärmende Prognose für dein Liebesleben. Wenn du derzeit in einer Beziehung bist, wird die kommende Weihnachtszeit eure Bindung mit einer Intensität vertiefen, die sowohl bezaubernd als auch tiefgründig ist. Stell dir Momente unter dem Mistelzweig und gemütliche Abende am Kamin vor, in denen jedes gemeinsame Lachen und jeder zärtliche Blick die Liebe, die ihr teilt, stärkt. Diese besondere Zeit verspricht, eure Verbindung zu vertiefen, sodass sich jeder Tag wie ein Geschenk anfühlt, das in die Wärme der gegenseitigen Zuneigung und des Verständnisses verpackt ist. Für diejenigen, die alleinstehend sind, stehen die Sterne in einem ermutigenden Muster. Dies ist nicht einfach nur eine weitere Urlaubszeit, sondern ein Korridor voller Möglichkeiten, der zur wahren Liebe führen kann. Das Universum scheint sich zu verschwören, um dich deinem Seelenverwandten näher zu bringen. Ob es durch Feiertagsveranstaltungen, zufällige Begegnungen oder das Wiedersehen mit jemandem aus der Vergangenheit geschieht, deine Chancen, den oder die richtige, zu finden, sind außergewöhnlich hoch. Nimm diese Zeit mit offenem Herzen und voller Hoffnung wahr. Besuche gesellschaftliche Veranstaltungen, nimm Kontakt zu alten Freunden auf und scheue dich nicht vor neuen Erfahrungen. Dein Horoskop deutet darauf hin, dass deine Liebesgeschichte vielleicht nur darauf wartet, sich unter den festlichen Lichtern dieser magischen Jahreszeit zu entfalten. Merkur im Steinbock bildet eine Verbindung mit Jupiter rückläufig im Stier und schafft damit ein ideales Umfeld für Geselligkeit. Wenn du dich mit Freunden verabredest, zb zu einer Happy Hour, ist das eine willkommene Gelegenheit, um nach der Arbeit zu entspannen. Bei diesem Treffen kannst du dich entspannen, gute Gesellschaft genießen und gemeinsam lachen. Um Abwechslung in dein soziales Leben zu bringen, solltest du einen neuen Ort besuchen oder eine Nachbargemeinde erkunden. Ein solcher Ausflug kann eine angenehme Abwechslung zur üblichen Routine sein und deine sozialen Verpflichtungen aufregender machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Schützer an diesem Tag darum geht, Energie für Produktivität zu nutzen, ein angenehmes Lebensumfeld zu schaffen, Ideen mit Leidenschaft zu kommunizieren, das Bedürfnis nach Freiraum in Beziehungen zu verstehen und soziale Aktivitäten zu genießen. Wenn du diese Aspekte mit Fokus, Liebe zum Detail, gründlicher Vorbereitung, emotionaler Intelligenz und sozialem Geist umsetzt, kannst du einen erfüllten und erfolgreichen Tag erleben. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Herrscher steht für Autorität, Stabilität und Führung. Sie steht für eine Zeit, in der du ein starkes und strukturiertes Konzept für dein Leben wählen solltest. Für den heutigen Tag legt der Herrscher nahe, dass du eine Führungsrolle übernehmen und in deinen Unternehmungen für Ordnung und Struktur sorgen solltest. Sei selbstbewusst in deinen Entscheidungen und übernimm die Kontrolle über deine Situation. Die Neun der Münzen ist eine Karte des Überflusses, der Selbstversorgung und des Genießens der Früchte deiner Arbeit. Sie symbolisiert oft finanzielle Sicherheit, Komfort und Unabhängigkeit. Heute zeigt die Neun der Münzen an, dass du die Früchte deiner harten Arbeit genießen kannst. Es ist ein Tag, an dem du dich über deine Erfolge freuen und den Luxus und die Annehmlichkeiten in deinem Leben schätzen kannst. Die Vier der Stäbe ist eine Karte des Feierns, der Stabilität und der Harmonie. Sie deutet oft auf ein bevorstehendes Ereignis oder eine Feier hin, die Freude und ein Gefühl der Vollendung bringt. Heute deutet die Vier der Stäbe darauf hin, dass du eine Zeit des Feierns oder des harmonischen Zusammenseins mit deinen Lieben vor dir hast. Es ist eine Zeit, in der du deine Erfolge und die Stabilität in deinem Leben anerkennen und feiern kannst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem du Autorität umarmen, Überfluss genießen und Stabilität feiern kannst. Der Herrscher ermutigt dich, die Verantwortung zu übernehmen und Struktur zu bewahren. Die Neun der Münzen erkennt den Reichtum und die Selbstversorgung in deinem Leben an. Die Vier der Stäbe deutet auf eine Feier oder ein freudiges Ereignis hin, um deine Erfolge und die harmonischen Aspekte deines Lebens zu feiern. Sei heute eine starke und maßgebliche Figur in deinen Unternehmungen, halte die Ordnung aufrecht und sei stolz auf deine Leistungen. Genieße den Reichtum und die Annehmlichkeiten, die dich umgeben, und feiere die Stabilität und Harmonie in deinem Leben. Heute ist ein Tag, an dem du deine Führungsqualitäten und die Früchte deiner harten Arbeit zu schätzen weißt und deine Errungenschaften mit deinen Lieben feierst. Untertitelung des ZDF, 2020